Herzlich Willkommen zur ähm achten glaube ich achten Folge von Minecraft von Minecraft PE also Minecraft Solo und wir haben uns ein letztes Mal in die Mönchbezöcke baut um nun in der Höhle also am Schluss der letzten Folge Anni das Obstiegel zum und vielleicht ja in dem Maul und und zu noch ein Stück tiefer sie ist nicht ausgenommen Gott naja wenn ich es euch nicht schluss tun den Händel wird auch noch ausgehen so wenn wir jetzt hier haben wir jetzt wo ich natürlich auch verdauern möchte wo wir glaube ich 3 oder 4 Obside über 5 äh 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 das machen wir jetzt mal wir bauen ob sie hier haben und das ist mal zum Glück keine Lampe drum zu direkt ähm denkmal ich war das jetzt also ist auch schon immer eine Weile hier hinzu João Boss wasig wie war die aber wir haben war noch wasig war war auch denn ist war hä 3 gut werden so schon und dann nicht alle die gleich das ist 3 wenn ich bekommen das schlecht wir nicht die nicht die das hübsche Problem bei Opsi da an die ganze Hand zu kommen so, dann bitte sie über Opsi gehen genau schon ja, ist er rund und blau ja ich wollte es ja ich wollte es ja ich wollte es ja so also direkt sehen wir uns da keine Lava drunter wenn es hier erstmal keine Lava drunter ist dann wird das ja richtig cool aber noch sehe ich können dann bauen wir hier mal ab netter Partei können wir natürlich auch machen aber das brauchen wir nicht direkt um Quarz und so zu sammeln aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig genau 3 Obsidian braucht man 2 Diamanten Buch das mit dem Buch könnte schwer werden aber warten wenn das Buch bekannt von Zucker wo das und wenn man denn jetzt 11 sollte erstmal rechnen das ist nicht viel da ist die Hülle jetzt so gut wie ja gut es gibt zwar noch Obsidian ja aber aber sie ist so gut wie leer aber sie ist so gut wie leer ja da ist nichts mehr drin schade dann muss ich sagen gehen wir mal wieder raus und da die Hülle leer ist könnten wir nicht mit Obsidian hochbauen ich bin ja nicht blöd ähm könnten wir wahrscheinlich stoße jetzt gleich noch irgendwas obwohl ich bin jetzt ich bin jetzt so baut nochmal ein bisschen weiter hoch lalala und der Koppel das ist hier 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 Dinger das ist nicht Fähigkeiten das ist nicht die Fähigkeit dabei ist ähm die Dinge sind ja wieder Koppel genau so gut ich das ist jetzt oben und es kommt genau zu also natürlich könnte ich das wieder die Lava fände machen versprochen aber jetzt tötete ich ganz kurz hier dieses hellgraue Schaf wo ist das hellgraue oh mein Gott es lag sich mit einem Kaktusfilet das könnte jetzt der finale schlank sein Peter gibt es auch so blödes schon ja hellgrau ja gut geht es noch weiter nicht das mache ich nicht von der Scheiße aber da habe ich auch gesehen und ihr wahrscheinlich auch da geht es noch weiter in die Hülle rein lol was dann komme zack 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 erde da hier da oder haben wir das jetzt schon angeschaut ne das haben wir uns nicht angeschaut da bin ich mir sicher also hat sich doch gelohnt und nicht die Lava weiß scheiß die wird immer so einen komischen Schatten da aussehen und wir haben wieder Gold Gold ist nicht schlecht Gold ist nicht schlecht aber Diamanten brauchen wir um zu verzaubern und Labis über Labis und ich muss gerade ebenfass wollen mit diese Hülle reingehen da gibt es viel Gold und jetzt wo wir diese Liebenhülle oder wir sind ja äh weiteres Hülenteil äh unten haben da ja wird sie immer tiefer und desto tiefer ist noch besser weil dann Eisen Eisen kann man auch immer mitnehmen ich nehme mal lieber eine Eisenspitze zack wenn ich gut jemand hebt ewig aber ich will es trotzdem nicht direkt verschwenden weil die Minecraft Bros sagen sicherlich nicht direkt verschwenden Prozent Euro wo als hier gerecht gleich alles runter stößt ich hasse es allerdings können wir da doch jetzt vor Stein bekommen ähm Alter das wird die richtig tief noch und es gab ja nochmal so eine Weg umschneidung hier ist diese Stelle halt her wo sind die hier wo sind die hier da unten ist Lava perfekt Alter wie riesig diese Höhle hier ist wow hier ist nochmal Eisen da gibt es ja nochmal und es gibt ja nochmal ein Abschnitt weil ihr habt ihr gesehen als ich diesen gesehen habe Alter ja ich glaube volle Eisenlustung ist auch schon geplant das ist das ist auch da ist ein bisschen lapis wenn es echt nicht schlägt da ist wieder redstone dann jemanden oder lapis redstone aber wir sind auf der richtigen Höhe das steht definitiv fest hier geht es wieder hoch hier geht es wieder hoch hier geht es wieder hoch jetzt nichts ich glaube hier sind die warte mal die kommt dann wieder da raus ok 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 nice alter ist das nein warum nein nein ich wusste irgendwie schon es ist irgendwie immer so wenn man Diamanten abbaut befindet sich immer auf irgendeine grundeweise Lava darunter und eigentlich hätte ich sie daran erkennen sollen sicher gehen dass da wirklich keine Lava mehr ist sonst ist es auszumisch ähm hier sind meine ideas ok wir haben jetzt einen Diamanten verloren der mal so die Lava geplumpst ist so wir haben jetzt 8 8 ist gut ich würde sagen die Höhle hat sie zu bieten und ich hoffe das wird dir heute noch ein bisschen Redstone wahrscheinlich ich glaube ich habe ne aber ich brauche jetzt kein Redstone dafür würde ich jetzt meine Zeit nicht verschwenden die Folge dauert auch schon wieder so lange aber das macht halt gerade so Spaß und jetzt hier nach der Suche es gibt so viel Gold und Eisen und Kohle und alles hier unten das kann man gar nicht alles mitnehmen ich nehme einfach kurz das mit wo mir halt das grad so auf dem Weg liegt komm jetzt LAPIS dem mann reichen das jetzt mal LAPIS ist hier vielleicht LAPIS 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 LASULI wo bist du LAPIS kann ich sein dass hier nur LAPIS ist LAPIS kann ich sein dass hier nur LAPIS ist da gibt es nicht noch weiter so das ist eine große Höhle der eine Tag war nur ganz klar LAPIS kann ich sein dass hier nur LAPIS Ich hab's Hallo ich hab' meinen ich nehme es LAPIS und ich habe den Deckel und ich habe den Deckel Wofür kein LAPIS da passt das aber auch mit Rats war mal Diamant so habe ich es zumindest auch ein bisschen mal gefunden das kann nicht wahr sein LAPIS wo bist du wo kommt denn oder wer ist denn genau LAPIS Abonnierstelle verabschiede ich mich Bis zum nächsten Mal und ciao